Musik Hallo liebe SCP-07-Fans, willkommen zu unserem neuen Format, mein SCP-07-Moment. Mein erster Gast ist heute Mahir Sacklik. Hi, wie geht's dir? Bestens, danke. Du bist einer unserer Aufstiegshelden, hast da ganz viele Tore geschossen. Wie hast du die ganze Zeit in der Saison 13-14 erlebt? Padawan ist meine Geburtstag, ich komme hierher, ich bin hier geboren, aufgewachsen und dann mit dem eigenen Verein sozusagen nochmal in die Bundesliga aufzusteigen, in die Geschichte reinzugehen, das war schon sensationell. Und auch die Aufstiegsfeier war wahrscheinlich auch total toll und ist wahrscheinlich noch total prägnant im Gedächtnis, oder? Definitiv, definitiv. Also ich kann mich nie mal an alles erinnern, so ein bisschen. Also irgendwann hatte ich unglaublich einen Filmriss, aber ja, also das war schon unglaublich. Es hat zwar ein bisschen geregnet an dem Tag, aber das hat uns alle nicht interessiert und wir haben alle gemeinsam mit der ganzen Stadt gefeiert. Du hast mir eben schon mal erzählt, dein Moment beim SCP-07 war das Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wie war das? Was lief da ab? Was ist da passiert? Genau, also die Spiele mit Düsseldorf waren immer so ein bisschen brisant und gingen immer hin und her. Und ja, da hatte ich eigentlich einen super Tag, also wir als Mannschaft und ich persönlich dann auch. Und wir haben 6-1 gewonnen in Düsseldorf und ich habe vier Tore dazu beigesteuert und es war schon ein super, super Erlebnis, ein super Tag. Und in der Kabine war dann wahrscheinlich auch einiges los, oder? Ja, wir haben uns gefreut. Also 6-1 in Düsseldorf ist schon ein super Ergebnis gewesen und ja, das war schon eine schöne Atmosphäre in der Kabine. Hast du ein Lieblingstor von dem Spiel? Ja, das erste Tor fand ich eigentlich richtig schön, wo ich mir das angucke. Ich gucke mir das hin und wieder nochmal an und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und sonst denkst du, du bist ja jetzt beim SC Verl, spielst da ja im Moment. Blickst du denn so allgemein viel auf deine Zeit beim SCP-07 zurück? Ja, das Leben geht ja immer so ein bisschen weiter. Also natürlich, also ich meine, wie gesagt, Paderborn, ich komme hierher, meine Familie ist hier, es ist irgendwo mein Verein. Und ich gucke natürlich immer zurück und erinnere mich auch an die schönen Zeiten, wo ich hier war. Danke, Mahir. Damit sind wir auch jetzt schon am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War super und immer wieder gerne. Alles klar. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Liked das Video, teilt es überall. Mahir, wir wünschen dir auf jeden Fall eine super Saison. Drücken dir die Daumen beim SC Verl. Mach's gut. Danke. Das wünsche ich euch auch und ich werde das verfolgen und alles, alles gut euch. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.